mit welchem tag beginnt die woche Das Geschlecht angeben sagen wir, das Delfinmen, das Delfinweibchen. Ich viermal pro Woche. Ach, ha, wuch, wärm. Die Schule. Tiere. Allein ausbrechendem Zeit. Das Delfinweibchen. Der Apfelbaum. Ach, ha, 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 ha. Gustav Vogels auf Ort ins Büro des Bereichs 7. Freitag, Gustav Vogel im Bereich 7. Weltwebel Karl Dittmar in das Ausrüstungslager 2. Weltwebel Dittmar in das Ausrüstungslager 2. Wir rutschen unser Dach, wir rutschen unser Dach. Ja, 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 ja. Gebreitag, Gustav Vogel im Bereich 7. Ich weiß ja auch Deutsch, hm? Ich weiß ja auch Deutsch, hm?